Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was GOP alles unternimmt, um die Qualität der Produkte garantieren zu können. Zum Beispiel bei diesen frischen Gemüsen in der Midi-Dose. Hier steht darauf, kontrollierter Anbau durch GOP Labor. Das heisst, es wird schon gut vorgesorgt, bevor das Gemüse anfängt zu wachsen. Wie kann man aber schon vor dem Sähen die Qualität des Gemüses verbessern? Ganz einfach, indem wir auf die Qualität des Boden achten. Die Anbaufachleute von GOP arbeiten eng mit den Landwirten zusammen. Schon vor dem Sähen werden die Bodenproben genommen. Diese werden dann im Labor der Forschungsanstalt geprüft auf den Mineralgehalt. Auch die Qualität des Saatguts wird durch einen speziellen Versuchsanbau sorgfältig ausgewählt. Und dank dieser mehrfachen Anbaukontrolle von GOP wächst für das Midi-Gemüse nur gesunde Saat in gutem Boden. Und dann kommt das Gemüse erntefrisch und schonend sterilisiert in die Midi-Dose. Und zwar ohne Konservierungsmittel. Unter den Qualitätsmarken Midi bietet Ihnen GOP auch ein reichhaltiges Angebot an Fertigssalat. Zum Beispiel die fix fertigen Trêteur Salat an einer besonders leichten kalorienarmen Soße. Die gibt es in fünf verschiedenen Sorten. Oder mit dem Midi-Beutelsalat, die ebenfalls in fünf verschiedenen Sorten erhältlich sind, zaubern Sie ihm nur einen vielfältigen Salatteller auf den Tisch. Und das Geheimnis eines köstlichen Salats liegt ja in einer guten Soße. Und diese muss dem Salat natürlich ganz genau anpasst sein. Darum können Sie bei GOP unter diesen fünf feinsten Piganta-Essig auswählen. Ich habe Ihnen hier ein gutes Rezept für eine französische Salatsoße. Hier haben wir einmal sechs Esslöffel Sonnenblumenöl, die reinkommen, drei Esslöffel Piganta-Rotweinessig, dann eine Messerspitze weissen Pfeffer, ein wenig Salz, und dann fein geschnittene Peterli, Dill, und das sind noch fein geschnittene Cornichons. Probieren Sie das Rezept und Sie werden sehen, der Piganta-Essig macht einen guten Salat noch besser. Das feine Piganta-Salatsoße-Rezept können Sie morgen in der GOP-Zeitung nachlesen. Wenn Sie für uns jetzt noch eine Minute Zeit haben, dann wissen Sie auch, wie wir die Minutsauce vom Matchi zubereiten. Nämlich auf die einfachste Art und Weise, ohne Kochzeit, direkt in der Saussiere. Ich zeige es Ihnen jetzt gerade. Den Beutelinhalt in eine Saussiere geben, dann zwei Deziliter kochendes Wasser darüber rein, und jetzt sofort und gut umrühren mit einer Gabel oder einem Schwingbessen. Und schon fertig ist sie, die feine Minutsauce vom Matchi. Und dank der ausschliesslich natürlichen Zutaten ist sie auch fast so gut wie selber gemacht. Bei GOP gibt es die beiden beliebtesten Minutsauce, nämlich Bratensauce de Rotisseur und Sauce Chasseur in der praktischen Multipack mit drei Beutel an zwei Deziliter. Natürlich zu den gewohnt günstigen GOP-Preisen. Da habe ich jetzt gerade noch eine freuliche Mitteilung für alle Einwohner von Herbruck und Umgebung. Morgen Morgen am 8.00 Uhr geht in Herbruck das grösste und schönste GOP-Center vom St. Galler Rheital auf. Sie sehen, GOP schafft immer wieder neue und moderne Einkaufsmöglichkeiten. Wir danken für's Zuschauen. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und jetzt achten Sie noch auf die aktuellen GOP-Angebote. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP die Hit-Angebote. 900 Gramm Uncle Ben's Reiss statt 280 nur 230. 500 Gramm Bonjour Pflanzenmagerin mit 10% Butter statt 260 nur 210. 1 Liter GOP Mineralwasser für nur 30 KB plus Depot und 1 Liter GOP Orange nur 60 KB plus Depot. Und nur morgen über morgen und am Samstag 5 kg Ariel statt 17,50 nur 14,90. Und 5 kg Dash statt 16,90 nur 14,50. Und spanische Clementine im Netzli das Kilo nur 1,50. Und als aktueller Preisschlager 30 Farbstifte Carandache für nur 12 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!